Hi Folks, heute gibt's Pulled Pork, den US-Klassiker aus der Grilla. Pulled Pork heißt übersetzt zerrupftes Schweinefleisch. Klingt wild, ist aber saulecker. Als Tipp, das Rub, also die Gewürzmischung, nicht einreiben, sondern schön einklopfen, dann bleibt sie beim Marinieren besser haften. So, ich habe den Grill schon mal vorbereitet für indirektes Grillen. Jetzt schmeiße ich die Sau auf den Grill für vier Stunden zum Durchsmoke. So, jetzt ist die Sau richtig gut durchgeräuchert und jetzt marinieren wir sie mit Apfelsaft. Jetzt nehme ich mir zwei Gabeln und dann zerreiße ich die Sau. Also richtig schön mittig durchgehen, die Fasern lösen sich. Und da sieht man ganz geil, dass man so richtig schöne Fleischstücken hat. Und die serviere ich mir zusammen mit dem Burger-Bun, ein bisschen Krautsalat und einer guten Barbecue-Soße. Pulled Pork ist einfach saulecker. Dieses und viele andere tolle Rezepte findet ihr in der aktuellen Ausgabe von Der Griller.